Oh, hier gibt's noch TNT. Zahn, zu futtern und Trank der Stärke. Wieso hab ich einen Trank der Stärke? Hallo! Hey! Was machst du denn? Entschuldige. Das ganze System wurde so... Das wäre doch nicht geplant gewesen. Ich hoffe, ich hab nichts abgerissen. Wo ist denn die Tür hin? Doch, die Tür hast du weggemacht. Da eigentlich, ne? Leuchtet noch? Du hast bloß die Tür weggemacht, ne? Ja. Da. Genau, das war hier... Zack. Und dann kannst du hier... Da hat man ja angefangen hier... Oh ja, das waren ja hier noch kleine Scheißviecher. Ja, deshalb solltest du eigentlich warten, bis die Urner kommen. Und dann machst du das Licht wieder an und gehst rein. Aber das war ja nur der erste, den wir da genutzt haben. Der hier war ja viel effektiver. Ja, den hat man ja dann danach erst gefunden. Ach stimmt, der war ja auch mit dem Schalter hier gefunden. Das ist alles ins, ja. Ich rechte auch noch. Blüpp, 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 blüpp. Da kommen sie. Kommen sie an, ihr Scheißer, die kleinen Dinger. Haben wir mich. Oder im Survival-Modus reingehen. Da kommt sie an. Au! Ich verarschen. Oh ja. Au! Ich lock die mal. Au! Ich verarschen. Bist du im Survival-Modus oder im Kreativ-Modus? Survival. Ja. Ich weiß. Hinten war auch noch irgendwo ein Skelett und ein Zombies-Burner. Das hat hier auch ganz schön viele Gänge reingezimmert. Hat ordentlich zu tun gehabt. So, der Schalter war hier. Ach, da hinten an der Wand. Zack. Willst du erst mal rankommen? Ey! Ach, scheiße! Ja, die Kleen! Die Kleen! Die Kleen! Die Kleen hab ich gar nicht mehr gedacht, ja. Du weißt ja, wann wir das gebaut haben. Als es die noch nicht gab. Da hinten war glaube ich noch irgendwo ein Skelett geworden. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß noch, ob wir den schon ausgebaut hatten. Wir hatten den jedenfalls Ewigkeiten immer gehört. Warum ist hier nur ne Druckplatte? Weil wir hier bloß ne Druckplatte gemacht haben. Weil hier war der... Ja genau, hier hat man gefunden dann. Da haben wir doch ewig gesucht, wo das dämische Geräusch herkam. Ach ja, genau. Das war ja... Das war immer noch Baustelle hier. Das hatten wir noch nicht gemacht. Stimmt. Und hier bist du dann in das Minensystem reingekommen. Dann hat's hier übelst viele Spawner. Minkum Plates Nord-Ost. Oh ja, den hatte ich schon hier so halbwegs... Östliches Höhlensystem. Oh, das waren Zeiten. Von dem Nord-Ost-Komplex kommen wir dann auch zu den Mimen, die ich auf der Karte gesehen hatte, wo wir dann später mit dem Let's Play angefangen haben. Kannst du dich noch erinnern? Hm. Ich muss die Frage... Ich glaube, ich geh einfach mal in die Richtung. So, siehst du jetzt immer schon Winterstein. Ok, zuck. Oh ja, das war riesig, das Minensystem. Das ist abartig riesig. Und hier haben wir uns fast gegenseitig reingeschubst. Wenn wir diamantgeil waren. Echt? Ja. Hatten wir das? Hey, schau dir die Rüstung an! Ich auch, ne? Ich hab dir bloß mit der Faust geschlagen. Achso, hab ich nicht gesehen. Warte. Du siehst doch, wie viele Herzen du abgezogen kriegst. Darauf achte ich nicht. Ich merke bloß, dass es rot wird und... Guck mal her. Ich schlack dich oben mit der Faust. Nein! Du hast mich jetzt schon genug geschlagen. Mitten in der Fresse. Oh, wir waren so doof ins Hoch rumgeklettert. Geht's weiter? Hier drüben. Ein Glück ist das mit den Fackeln so gemacht. Alter, wie lange bin ich denn damals gelatscht, ey? Viel zu lange. Wir haben hier aber alles ausgekundschaftet damals. Hier fehlt ne Fackeln dabei, damit man sieht, dass hier ne Sackgasse ist. Da wird doch runter und hoch und runter und... Ach du Scheiße. Ah. Ah. Jetzt sind wir wieder in der Betthöhle. Ah, alles klar. Wahnsinn. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr, wie wir zurückkommen würden. Ja, das war damals schon ein Problem. Ah, genial. Wir haben das falschen Minen-Komplex genommen. Mit irgendeinem Minen-Komplex. Fast wäre schon ein Lava gefallen. Alter. Mit dem Minen-Komplex war es verbunden. Aber es ist Wahnsinn, dass wir immer noch in Winterstein sind. Es kam auch keine Meldung, dass wir wieder in der Wildnis sind. Wie geht's gar nicht weiter? Doch, hier. Sie essen hier auf einmal Wasser und so. Genau, hallo, wisch. Hallo, 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 wisch davor. Wegen, hast du Mampfen dabei? Ne, schade. Ich hab ein Stück verrottetes Fleisch. Ah, gib mal hier. Prends, ich hab ein paar davon. Ah, lass es dir schmecken. Ich habe ein Maus in dir. Ja, wir haben das in der Menüliste. Kekse. Ja, das ist Kekse. Kekse, 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 Kekse. So. Uh. Oh, und jetzt mal schützen. Meinst du? Zack. Geht schon gut los. Ganz normale Mädels, scheiß Survival-Motors. Was? Oh, was du meinst. Wenn ein Kekse hat, hat die Macht. Rennen, rennen, renne, komm, renne. Nenner, die ist es. Wieso gingen die Fackeln bis hier hin und dann ist... Ah, hinten sind noch welche. Achso, wir sind in den Bogen gegangen. Eigentlich ging es hier lang. Wahhh. Uh, hier gibt... Alter. Wir haben die Abanden hier gelassen. Ja, na, das war dann der Zeit, wo wir hier dann mal weiter geguckt haben. Da haben wir dann bloß noch gesucht. Wir gehen trotzdem erstmal weiter. Da oben geht's lang. Oder wir waren damals einfach so doof, die zu sehen. Keine Ahnung. Ist das ein Riesen-System? Oh ja. Guck mal, da oben ist schon das nächste Riesen-System. Oder ist das dort das alte? Nee, das ist, glaube ich, schon das nächste Riesen-System. Das ist das, wo wir von Winterstein aus Urner sind. So. Können wir mal so eine kleine Jump-Karte machen? So ein Bereich, ja. Decksen, du. Ich bin hochgelaufen. Ich folge den Fackeln auf der rechten, äh, auf der linken Seite jetzt. Hä? Da oben löschtet was. Was löschtet denn hier oben? Ich glaube, hier oben waren wir noch gar nicht. Doch. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ich glaube, wir sind bald... Hä? Haben wir den hier gelassen. Gut. Geil. Oh, le... Äh... Gott, wo sind wir? Ich bin in Spawner, natürlich. Wir sind in Spawner. Wir sind in Spawnerland. Ah ja. Wo ist denn Sackgasse? Ich hatte auch mal... Ich weiß, wo ich Urner da Lava gebaut hab. Das werd ich nie wiederfinden, glaub ich. Waren da? Na, da haben wir uns doch gegenseitig gesucht. Da waren wir aber auf unterschiedlichen Ebenen. Von der Höhe her. Und da bin ich dann mitten im Lavafeld rausgekommen. Und hinter mir hatte ich alles, was hinzugemacht gehabt. Dann hab ich mich dann verlaufen. Dann hab ich dann angefangen, durch die Lava zu bauen. Und mit Klaas. Das ist auch eigentlich ein schöner Gang. Aber... Ja, frage mich halt nicht, wie man da wieder hinkommt. Und wo das allgemein sein kann. Sind wir jetzt dann langsam hier bei unserer Innen-Schmiede. Wir hatten doch mal einen Innen-Teil so eine Schmiede gebaut, in dem Sinne. Mit ein paar Brennöfen. Sieht fast so aus. Wir sind immer noch bei... Winterstein. Das ist abartig. Oh, hier ist dunkel. Hier ist noch was Unentdecktes. Oh. Oh, Brot. Melonsamen. Oh. Wasser-Affilität. Hey, wo kommst du jetzt her? Was? Hä? Du warst doch... Genau. Hä? Ich weiß gar nicht. Oh, hier wurde schwerlich ausgelöst. Hier sind die Fackeln ganz mal ausgegangen. Das wird's sein. Hey, hier waren wir noch vorne. Hey, Spinnen. Hey, Spinnen. Hey, ich sag doch, hier waren wir noch mehr. Haben wir noch nicht erkundet. Nee. Das ist wahrlich. Spielt sie. Da ist nichts. Da ist nichts. Oh, yes. Ja, genau. Guck mal, da hinten ist der Eingang. Ja, ich seh's. Ist ja herrlich. Ich glaub, ich hab die falsche Seite von weg. Oh. 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 Oh, heiß. 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 Oh, scheiße, 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 scheiße. Puh. Was ist denn jetzt hier? Jetzt komm ich ja nicht mehr weiter. Ah, gut. Äh. Du bist dumm. Äh. Au. Ich mach' ich, dass heute wieder eine schöne Augen ist. Halt die Klappe. Die AK ist fein tief. Aha. Ah, da, da. Ah, da, da. Hier ein paar Brotgrummen. Schau mir nicht sterben. Hier ein paar Brotgrummen. Die spült's grad weg. Na, super. Jetzt ist es verbrannt, das Brot. Schau mir nicht sterben. Ah. So. Nicht drin. Ich glaube, wir haben hier Müllabladen, ja. Ah, das Müllabladen, das ist gut. Nehmen wir auch ein paar Brotgräste. Oh, ja. Das Spawnerland war schon von der Dimension her schon ziemlich groß. Warum hat's hier noch nicht weitergebaut? Ach ja, hier ist ja... Schlucht Nordwest. Das war ja auch von... Von drei solchen Schluchten hier. Oder vier solchen Schluchten umgeben. Ja. Von solchen Lava-Schluchten. Deswegen hatte ich dann angefangen, das hier hinzubauen. War ja das Genial. Aber das alles miteinander verbinden wollten. Und zwischen diesen Schluchten hat's da diese übelst vielen Spawner hier drinne. Ja. Aber wie ging's denn jetzt dann nun zu dem anderen System mit? Sollten wir vielleicht was essen? Hier ging's zur Lichttechnik. Service. Ja. Ja. Das ist eine komplette Schaltanlage dann für unten drüber. Boah, wieso haben wir so kompliziert gebaut? Weil wir damals noch keine Ahnung hatten. Hauptsache, es hat gut funktioniert. Warum hab ich hier auf... Warum haben wir hier auf Verstärker eingemacht? Das hab ich damals gebaut. Hast du gebaut? Das war in der Zeit... Das war in der Zeit, wo das Redstone noch nicht so weit ging. Achso, hier kann man ja nicht fliegen. Verdammt, hier ist gebaut für zu fliegen. Ja, aber so gebaut, dass du überall lang kommst, ne? Blub, 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 blub. Wehrer Höhe. Hm? Wehrer Höhe. Heute bauen wir das in einer Einerhöhe und... Das geht oh. Autsch. Autsch. Verhalten statt das Signal vorne jetzt eh mal zu... Fickt euch Spinnis. Negative zu setzen. Nee, da macht man überall. Boah, das Geile war immer die Ausbeute hier. Oh oh, ich bin da tot. Oh oh, oh oh. Die Ausbeute an... Ich weiß gar nicht... Ja, warte mal, ich hatte doch... Hier hinten war... Boah, das ist so schnell. Hier hinten hatte ich doch... Genau, oh. Was? Wohin? Da hatte ich dann schon angefangen hier... Spinnfäden zu sammeln. Ach, hier im Lager hinten. Ja, ja. Das war grad mal die Ausbeute von hier zweimal... Irgendwo eine Treppe, warte mal. Ich setz mich jetzt auf eine Treppe. Zweimal eine halbe Stunde oder so ähnlich war das hier. Hier gab's eine Treppe oder hier ging's... Nee, warte mal. Hier ging's einfach bloß raus. Ach, scheiße, hier ging's bloß runter. Oh, wir brauchen eine Sitzgelegenheit hier irgendwo. Wieso? Da kann man sich besser heilen. Hinsetzen und... Fahrt. Das klappt auch mit Essen ganz gut. Fahrt. Schau rum. Erfahrungspunkte. Oh, da kommt doch noch ein kleiner Schwarm. Meine Fresse. Au. Oh, ich hab bloß noch... Oh, oh. Ich soll jetzt erst mal kurz Abstand halten. So, noch ein Keks. Noch ein Keks. Mach das Brett dran. Ich brauch Hygiene draußen. Das muss man ja noch auf sein Lied machen. Heute würde ich das nie wieder so bauen, Alter. Wieso? Heute würde ich mir erst was ausdenken, wo ich am bloßen noch hier... Auf den Knob drücken und es macht Stanz und fertig. Ja, genau. Richtig. Lederrüstung. Nichts. Verrottertes Fleisch. Knochen. Die Spinnennetze. So. Das war das. Oh, je, 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 je. Schon mal in der Nähe ist auch noch die erste XP-Form. Ja, ja. Die kleine. Hm. Ey. Ich breizte die Fungsel wieder dran. Das geht ja gar nicht. Ah, hier hinten ist wirklich was los. Drei Herzen. Jo! Komm schon, komm schon. Es ist Ruhe hier, geht ins Bett. Abhauen. Sterbt. Aua. Aua, anderthalbherz. Tot. Du stopfst auch noch. Keine Sorge. Aua. Ach. Ehh. Jetzt hast du mich totgehauen. Was machst du? Du kannst doch nicht einfach auf mir vor das Messer laufen. Jetzt hast du mich totgehauen. Was läufst du denn nur mitten in den Kampf rein? Hast du noch nie irgendwelche alten Filme gesehen, wo die dann ums Leben kommen dabei? Du bist gestorben. Du bist gestorben. Punktestand. Fünf Millionen. Und ein paar zerquetschte. Ermordet von einem hirnlosen... Mit was? Kannst du mich nicht mehr töten. Bin nämlich schon tot. Tot. Töö. Reicht doch für heute. Was hast du denn? Ich habe mich noch nicht wiederbelebt Ich bin tot Ja, damit endet mal wieder So eine chlorreiche Folge Ihr habt es auch alle gesagt Der Hürdi ist mir ins Schwert gelatscht Das war ein feiger Angriff von hinten Messer in den Rücken Hallo? Du hast gesehen, dass ich aushole Und die ganze Zeit zustocher So, was hast du denn dabei? Ach, ein verzaubertes Buch Hat auch ein Stecken gehabt Gucke an Das habe ich vor uns eingesammelt Das habe ich vor uns eingesammelt Okay, tschüss Ja Du bleibst hier Was hat man eigentlich jetzt noch? Scheiß Das machen wir beim nächsten Mal Leute, macht's gut Bis demnächst Ciao, ciao Ciao Ciao